Das ist hier Turningstedt, gerade zu Sööfeld, bei Singeberg. Und heute ist der 1.9.2012, ein Turningstedt. Nullweg. Es wird von Kindern gewarnt. Habt ihr das gesehen? So hinten ist noch ein komischer Bunker. Mal genau kommen und angucken. Also es wird von Kindern gewarnt. In schwarzer Couleur, voll zu angepinselt. So war das zu sehen auf dem Verkehrsschiff. Turningstedt, das war's und tschüss. So. So.